Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 3 bis 7 sowie 8 bis 11 der Tagesordnung jeweils zusammenzufassen, wird dagegen ein Einwand erhoben. Das ist nicht der Fall. Damit gehen wir in die Tagesordnung ein. Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde Konsens über die Dauer der Debatten erzielt. Der Tagesordnung Punkt 1, EU-Erklärung, ist nicht in die Tagesblockzeit einzurechnen. Weiters wurde eine Tagesblockzeit von 5,5 in der Stunden für die Tagesordnungspunkte 2 bis 14 vereinbart, sodass sich folgende Redezeiten ergeben. SPÖ und ÖVP je 74, FPÖ 69, Grüne 58 sowie Neos und Stronach je 30 Minuten. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit von Abgeordneten, die keinem Club angehören, im Rahmen dieses Beschlusses je 15 Minuten. Darüber hinaus wird deren Redezeit auf 5 Minuten je Debatte beschränkt. Wir kommen zugleich zur Abstimmung über die soeben dargestellten Redezeiten. Ich ersuche um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig so angenommen. Das ist ein Zeichen der Richter. Vielen Dank.